Yo Leute, checkt mein Partner Pico Gies ab, hier haben wir den Magra Boogie im Mod, 24.99 mit dem Code FRPZ-YT, den ihr hier unten sehen könnt. Bekommt ihr hier 5 Euro Rabatt, das bedeutet ihr bekommt das Ganze für 20 Euro, 24 Stunden gültig, gönnt euch das Ganze Freunde, ansonsten findet ihr auch andere coole Sachen hier. Schaut also gerne mal vorbei und jetzt Freunde geht es eigentlich los mit dem Video, let's go. Was geht ab Leute, euer Fraps ist hier, heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um den neuen Gegenstandshop vom 06.08.2020. Ich bin gespannt, ob heute was wieder reinkommt, denn heute kamen ja 2 Skins und zwar Sandhai-Fahrerin und Dummy. Und ich denke mal, dass keine riesengroße Aktualisierung reinkommt, hier vielleicht auf der linken Seite ein oder zwei neue Skins, äh, nicht neue, wiederkehrende und auf der rechten Seite komplett alte Sachen, denke ich. Oder Fortnite überrascht uns, wenn wir bekommen tatsächlich krasse Sachen. Checkt auf jeden Fall meinen Partner Pico Gies ab für Game Keys oder sonst was, ihr habt sie am Anfang gesehen. So, und wir haben einen neuen Emote, okay. Äh, und viele neue Skins, äh, viele wiederkehrende Skins. Wir schauen da einfach nach und nach rein, der, oder beziehungsweise die Leute, die die Shop-Videos nicht gesehen haben, die ich heute Mittag rausgehauen habe, ähm, fangen wir einfach mal mit den Sachen hier an, okay. Also wir haben hier den Dummy-Skin, 1200 V-Bucks, mega cool, finde ich, so von der Optik her. Richtig, richtig nicer Skin, feierlich, habe ich auch direkt ausgerüstet. Wir haben auf jeden Fall Schädelschläger für 500 V-Bucks, richtig nice, Spitzhacke, der Kopf ganz vorne, bewegt sich auch beim Schlagen, Crash-Test als Lackierung, fand ich jetzt nicht so nice. Sandhai-Fahrerin wurde mir von einem Kollegen geschenkt, muss aber ehrlich gesagt auch nicht sein, also ist dann auch in dem Fall eine Geschmackssache. Wir gehen auf jeden Fall rüber auf die linke Seite, äh, beziehungsweise die rechte Seite von dem Shop und fangen am besten mit dem Showstopper-E-Mode an. 500 V-Bucks, war zuerst vor 35 Tagen drin gewesen, 14 Mal insgesamt im Shop, ist auf jeden Fall ein richtig geiler E-Mode, mir persönlich gefällt der unten nochmal. Dann haben wir auf jeden Fall ein rundes Repertoire für 32, äh, 500 V-Bucks, war zuerst vor 32 Tagen drin gewesen, 5 Mal insgesamt im Shop. Dann haben wir hier oben Chrom, 1200 V-Bucks, war zuerst vor 78 Tagen drin gewesen, 16 Mal im Shop. Dann vorne geht es auch schon weiter und zwar haben wir die Spektralhacke für 800 V-Bucks. War zuerst vor 27 Tagen drin gewesen und 41 Mal insgesamt im Shop. Dann gehen wir weiter hier runter zu der Wüstendominiererin, 800 V-Bucks, war zuerst vor 34 Tagen drin gewesen und 8 Mal insgesamt im Shop. Ey Leute, ähm, gerade Shop-Video einfach fertig gemacht und einfach gemerkt, dass ich vergessen habe, den Taxi-E-Mode hier zu zeigen. Taxi-E-Mode, also der will sozusagen Taxi rufen, kann man machen, werde ich mir mal gönnen, die 200 V-Bucks kann man entbehren. Und ja, also einfach, einfach vergessen. Dann kommen wir jetzt hier auf die linke Seite, hier haben wir auf jeden Fall zwei Pakete, so, äh, drei Pakete, um genau zu sein, wo man dann da theoretisch gesehen zuschlagen könnte. Wir schauen an, ob wir da ein paar seltene Sachen drin haben. Fangen wir doch mal mit Omen an und der Orakel-Spitzsacke. Beides war zuerst vor 56 Tagen drin gewesen, 19 Mal insgesamt im Shop, aber mir persönlich gefällt der Skin nicht, deswegen lasst da lieber die Finger davon. Spitzsacke geht in Ordnung, ist aber auch nicht das Beste. Äffchen ist wieder zurück, 1200 V-Bucks, ist auf jeden Fall ein richtig, richtig nicer Skin. 47 Tage lang haben wir den nicht mehr drin gehabt, 7 Mal war der bis jetzt insgesamt drin. Dann haben wir hier diese Schlürfreihe bekommen, beziehungsweise das blaue Bande-Paket, 1500 V-Bucks. Ich finde hier leider alles aus dem Paket nicht so geil. Okay, war zuletzt vor einem Monat drin gewesen und dreimal insgesamt im Shop. Wie gesagt, feiere ich irgendwie nicht so. Wir switchen jetzt auf jeden Fall in den Battle-Royale-Modus und, äh, nicht Battle-Royale, in den Ready-Die-Welt-Modus und schauen uns dort auf jeden Fall die Sachen an. Mann, ich bin heute mega lost. Kann sein, dass ich vielleicht ein bisschen müde bin, ne? Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. So, Leute, im Lama-Shop haben wir auf jeden Fall das Ange-Lama. Für 200 V-Bucks kann man auf jeden Fall sich gönnen. Finde ich jetzt nicht so wichtig. Hier haben wir auf jeden Fall eine neue Waffe und zwar Nordman. Ähm, erinnert ein bisschen an, äh, den Blau-Kappe oder Blau-Knappe, irgendwie so heißt der, von der Season 2, von den Battle-Buskens. Erinnert auf jeden Fall ein bisschen dran. Muss aber jetzt nicht sein, ne? Held-Sar haben wir nochmal, aber, ähm, in der lila-Version. Deswegen denke ich mal nicht, dass es relevant ist. Und das, meine Freunde, ist alles auf jeden Fall mit dem Video gewesen. Wenn mir das nicht gefallen hat, lasst mir gerne mal einen Daumen da. Vergesst nicht zu abonnieren und den Glock, zackt wie nicht, wäre da mal raus. Wir werden uns gerne im nächsten Video auch dran gehen mit dem F-Raps und ciao. Bis zum nächsten Mal.